Moin, hier ist Thorsten Albig und eigentlich beantworte ich jetzt immer Bürgerfragen, aber so kurz vor der Wahl sind alle beantwortet. Aber ich habe eine Frage an euch. Geht ihr eigentlich wählen am 7. Mai? Ganz viele können zum ersten Mal wählen, auch weil wir das Wahlrecht in dieser Legislatur schon ab 16 haben. Also wir haben es geändert. Alle, die 16 und älter sind, dürfen wählen. Dürfen wählen. Das heißt, ihr entscheidet darüber, wie Demokratie aussieht. Ihr entscheidet darüber, welche Bildungspolitik es gibt. Ihr entscheidet darüber, ob wir mehr Internet haben, mehr WLAN. Aber am Ende entscheidet ihr auch darüber, ob wir in einem Land leben, in dem es gerecht, fair und human zugeht. Ihr entscheidet übrigens auch darüber, wenn ihr zu Hause bleibt. Nur irgendwie ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Weil dann kommen die ins Parlament, die all das nicht wollen, das gerecht zugeht. Denen es vollkommen egal ist, dass wieder die einen gegen die anderen aufgehetzt werden oder die das sogar wollen. Wenn ihr zu Hause bleibt und sagt, boah, Wetter zu gut, Wetter zu schlecht oder irgendwie langweilig, dann kommen die rein. Also geht ihr wählen? Ist euch das wichtig? Wollt ihr Teil von Demokratie sein? Ich würde es mir sehr wünschen. Ihr habt noch fast eine Woche Zeit, euch zu informieren, zu fragen, zu den Ständen zu kommen, im Internet zu gucken, was sagen die einen, was sagen die anderen. Was haltet ihr davon, dass wir Azubi-Wohnheime auf den Weg bringen wollen, Semesterticket, Azubi-Ticket, Mindestausbildungsvergütung. Ist euch das wichtig? Ich hoffe ja. Und ich hoffe sehr, dass ich mich nicht irre, dass es klug war, schon 16-Jährigen ein Wahlrecht zu geben, weil ihr mitentscheiden sollt über unser Land und euer Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es tut, wenn ihr nicht zu Hause bleibt und der Partei eure Stimme gibt, von der ihr glaubt, sie ist am nächsten an euch dran, am nächsten daran, ein Land auch wirklich gerecht zu machen. Also, am 7. Mai feiern wir Demokratie. Und die Feier, die heißt Wahl. In vielen, vielen Ländern würden sie sich freuen, so eine Feier feiern zu können. Enttäuscht nicht die, die sich das wünschen, es aber nicht dürfen. Geht wählen. Ich hoffe, ich sehe euch jedenfalls in Gedanken, in der Wahlkabine und im Wahlraum. Euer Thorsten Albig.